Hallöchen zu einer neuen Folge von Conan Exiles. Ich habe mal wieder ein bisschen was an den Einstellungen geschraubt, weil in der letzten Aufnahme ging es gar nicht gut. Und deshalb müsst ihr mal gucken, ob ich da irgendwas verändern kann und da irgendwann was passt. Okay, was haben wir hier? Äh, nichts. Nichts ist immer gut. Wir haben nichts. Okay. Ofen. Da haben wir garantiert jede Menge. Ja, Ofen ist voll und Ofen braucht jede Menge Eisen. Kann vier Stunden brennen. Ja, dann machen wir. So, dann haben wir hier drüben. Wer kommt hier in den Schmiedes? Eisenverstärkung. 61 in Warteschleife. Ich komme dann nächste Woche mal wieder. Jo, das da drüben brauchen wir sowieso nicht. Ey, was brauchen wir jetzt noch? Aber ich muss schon mal sagen, meine... ...meine neuen Einstellungen sind gar nicht schlecht. Ich habe einfach noch mal wieder völlig kacke Einstellungen gehabt. Ja. Das bin ich halt. Okay, dann machen wir mal... ...zum vorn. Ja. Hauen wir den mal rein. Okay. Gerade habe ich dich gelobt und schon ein Hexte, oder was? Okay. Also, wir können sowieso Plus Ehen. In dem kleinen Rott der Schmerzen geht eh Plus Ehener. Jetzt habe ich den erst mal oben hier. Okay. Trinkt relativ schnell. Gut. Ich brauche hier in dem Fall Steine, aber das wusste ich gar nicht weiter. So. Dann kommt mal, Jungs. Ja, aber doch klar, dass irgendjener kommt. Ach du, kleiner Heinzel, du bist was von mir. Hä? Drei Schläge, Verlierer. Okay. Warte, was dabei ist, wo Steine? Pst, nö, brauche ich nicht. Tschüss. Ganz vergessen. Okay. Der Nächster, bitte. Gut. Gut. Das geht auch relativ easy. Der hat irgendwie gedacht, der hat eine Chance gegen mich, oder was? Ja, komm, scheiß. Was, der muss mit. Okay. Ich hatte echt beschissene Einstellungen, deshalb hat das immer geruckelt. Ah, Mann, nee, doof. Ja. Aber doof sein muss man auch natürlich können. Und ich kann's. Also, ich kann doof sein. Scheißegal. Okay. Das Blöde ist, die sieht cool aus. Und das läuft flüssiger. Wie geht das denn? Warte, muss ich mal rumdrehen. Finde ich völlig bescheuert. Ich muss ja ein cooles Bildchen kriegen. Ich will ein cooles Bildchen kriegen. Das sieht cool aus. Okay. Da machen wir ein Foto von. Bling. Okay. Und dann schauen wir doch mal, wie die Folge wird. Ich guck's mir mal an und dann entscheide ich, ob sie hochlägt oder nicht. Auf alle Fälle. Wenn ich das jetzt hier. Schöne Ostern. Ciao. Ciao. Vielen Dank.